Die Zeit des billigen Geldes in Europa sollte enden, trotz des starken Euros. Die Notenbank müssen aber den richtigen Mittelweg finden, um drastische Kursverluste an den Märkten zu vermeiden. Der Brexit könnte also zu einem riesigen Konjunkturprogramm für Frankfurt werden. Die Stadt und das Land Hessen müssen es nur wollen.